Tolles Spielzimmer. Erstmal schön in Blutplanschen gehen. Ist da unten was auf dem Boden? Scheint nicht wirklich der Fall zu sein. Außer das hier. Das sieht aus, als könnte man es öffnen. Unter Wasser ist es heller als über Wasser. Wo ist das Ufer? Kann ich da raus? Ja, warte mal. So hoch springen kann ich aber gar nicht. Gut, dann gehe ich halt wieder Planschen. Ach, da ist ein Loch. Okay, habe ich gesehen. Kannst du mal die... Aber du schießt noch nicht mal wahrscheinlich einen Fisch, wenn du ein Fisch wärst, oder? Oder du triffst noch nicht mal einen Fisch, wenn ein Fisch wärst. Ist da was drin? Mh, ne. Zumindest nichts besonderes. Oh, okay. Startet hier gleich jetzt irgendjemand irgendeine creepypasta mit Pokémon oder was? Guck mal, wo muss ich jetzt hinjumpen? Da oder da? Ach, ne. Von da bin ich gekommen, glaube ich. Dann geht es ja nur hier lang. Wo kommt der denn her? Ah, Ingenieursschlüssel. Ah, dann haue ich doch mal eben meine Faust da rein. Okay. Aber wenigstens habe ich das Ding jetzt offen. Was haben wir hier so feines? Eine verschlossene Tür und eine offene. Ich hab's. Geil und eine Sackgasse. Was ein geiler Raum. Ich hätte ja direkt zurückgehen können und da durch die Schleuse dazugehen. Na, Fischi? Kann ich dich diesmal treffen? Mhm. Das war's. Das war's. Ja, ich hab's. Ich weiß nicht. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich habe es. Schön, dass ich die Kette treffe, aber der trifft mich. Ach klar, jetzt kommt die ganze Armee hier an, gedackelt, sag mal. Oh, Mikey, kannst du auch mal was anderes treffen, außer die Kette? Ich kam mir gerade so vor, als hätte ich jetzt nicht mal die Kette getroffen, statt die Gegner. Oh, schade, da ist nichts drin. Ich frage mich, was ich hier kriegen werde. Ich hoffe mal, so ein Tattoo, womit ich in Lave herumgurken kann. Kann ich hier hoch? Oh, da geht es auch hoch. Verdammt, zu weit weg. Oh, hey, da ist der Raum, wo ich gerade drin gewesen war. Das ist wohl nur so eine Art Aussichtspunkt oder was weiß ich was. Das lässt das Blut ab, oder? Das, oder ich habe irgendwelche Öffnungen jetzt. Eins und beiden. Die Tür ist immer noch zu. Und das ist wieder eine Sackgasse. Ja, herrlich. Immer wieder diese Sackgasse. Äh, da ist ein Hebel. Oh. Okay. Abkürzung. Ja, gut. Von welcher Seite bin ich jetzt gekommen? Aber ging es da hinten hoch? Ich glaube, da hinten... Äh, ich glaube, da hinten ging es hoch. Dann müsste es in der Richtung weitergehen. Kann ich eigentlich unter Wasser auch meine Rassel... Ja, kann ich benutzen. Ich kann unter Wasser Feuer schießen. Ziemlich unlogisch, aber... Ey, ich bin der Shadow Man, ich kann alles. Nur nicht finden, wo man lang geht. Das kann ich nicht. Äh... Es sind auf jeden Fall keine Runde. What? What? Die Shadow Man Musik, meine Damen und Herren. Manchmal Musik, manchmal auch einfach nur eine Quietscheente. Hin und wieder auch eine Bohrmaschine von einem Arzt. Und hin und wieder auch mal einfach nur geheult von irgendwelchen Kindern. Ich hab's. Ja, ich kann gerade irgendwie überhaupt nicht zur Seite gucken. Mach einen Abflug, El Capone. Oh Gott. Oh Gott. Daaaah, Kettensägen, Joe! die ganzen gehe ich noch einmal her was ist das für eine musik ist so strange und passt irgendwie überhaupt nicht zu dem ort ja gut dann gehe ich aber erst mal da lang quitsche hinter oh hi da haben wir hier nichts interessantes einfach nur aber ich dachte da ging es um irgendwo weiter das hatte jetzt hier ein verhörraum oder wie oder was kann ich nicht eigentlich kann ich nicht erschießen und das kind hat gerade scheinbar eine bohrmaschine in den armen gedrückt bekommen gehabt hat zu oft mit der quietsche ente gedrückt gespielt und da wird gerade mal eben die hand in den mixer gehalten und das ist die mutter die sich gerade erst ablacht dass ihr kind quasi die hand verloren hat im mixer bestem geiler ist das bitte für den laden hier ist das hier quasi die abfalldeponie oder wie oder was weil da überall fleisch nämlich rumliegt kann ich auch da rein scheinbar wohl nicht klein timmy hat jetzt wahrscheinlich die zweite hand in den mixer eingesteckt bekommen jo man sieht sich vielen dank fürs zuschauen und einen schönen tag noch okay hier kann man nicht tauchen was ist denn das für ein riese okay mal irgendein raum für den irren oder was weiß ich was mit einem lavabecken ja klar warum nicht hat man wenigstens warm drin ja hallo kannst du mal den kollegen da erschießen ist das nicht so ein ding was mit einem gynäkologen verwendet wird ich höre da gerade einen sound effect raus den ich schon unzählige jahre lang in wo w gehört habe dieses geräusch was man glaube ich ich weiß nicht genau bei bären oder vielleicht wölfen oder so gehört hat immer wieder habe ich das betätigt ob ja wie kann ich da in diesem areal reinkommen wo dieser riese ist vor allem was ist das für ein riese das einer von denen die vorher schon gesehen habe in den anderen räumen ich glaube der gang ist jetzt offen in den experimentierräumen da lagen ja auch riesen herum oder beziehungsweise einer lag rum und ein zwei andere waren in so komischen tanks da ist eine seele der komisch aber nicht rein und da liegt so eine olle oller riese zum arti mit der gummi 1 herumzudrücken was kommt als nächstes der fuß dran schätze mal hier ist wohl nichts interessantes drin ich komme ich da jetzt reiten ich komme ich nach oben das ist jetzt echt nur einfach nur hier so so ein richtig wer schlecht merkwürdige musik ok das ist der gang hier bin ich vorhin gewesen das war jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf genau hier wo ich diesen typen gefunden habe und hier ist nicht wirklich was zu machen außer hier vielleicht aber da kann ich leider nicht hin ich habe das lavawandel noch nicht aber die frage ist kann ich überhaupt hier irgendwas kriegen weil es ja wieder im asyl und bis jetzt habe ich ja in den asyl teilen kaum groß weitermachen können naja oder kaum groß weitermachen können ist eigentlich falsch gesagt ich bin immer wieder irgendwo an einen punkt einfach nicht mehr weiter gekommen ich glaube da bin ich noch gar nicht rein gegangen oder ja ich glaube ich habe hier ein rückziel gemacht oh hey ketten sägen Joe ist wieder da dein film muss warten dann hast du dahinter der jess das typ mit maschinengewehr ok ich bin hier oben nice aber ich kann hier oben nichts machen oder warte mal doch hier ist ein seil das habe ich kaum erkennen können tme vielleicht kommt der zweite fuß dran wolltest du ja nicht hören jetzt kommt der zweite fuß dran hier ist ein haken oh was ist das denn muss ich den haken runter schießen warum ist da ein haken und wie kriege ich den da weg an der stelle ist da irgendetwas irgendwo ein hebel oder so den ich noch nicht betätigt habe das ist eigentlich hier unten ich habe den raum gefunden mit den künstlichen hunden die sehr schnell tot sind naja künstliche hunde ja sozusagen künstliche hunde kann man so mehr oder weniger stehen lassen wieso war ich verdammt schnell tot große fette türen mit pentagram was ist das hey vielleicht hilft mir das weiter wunschpreiser ich kann also jetzt in die welt von irgendeinem anderen massenmörder eindringen frage ist allerdings kann ich dann überhaupt ob er auch irgendwas machen oder werde ich dann da auch reingehen irgendwas machen und am ende blöd aus der wäsche gucken weil ich da nicht weiterkomme aber hey ich habe dann dafür einen akkumulator gefunden oder so den ich dann keine ahnung zu meiner akkumulatorsammlung hinzufügen kann und dann irgendwo angeben kann mit hey guck mal meine akkumulatorsammlung so viele hättet ihr auch gerne ne ich habe zwar keine ahnung für was man die verwendet aber ich habe echt viele davon na schade jetzt ist die musik wieder die hier ich weiß man das als musik bezeichnen kann da unten scheint achso das ist kein das ist nicht wasser das ist abwasser ich scheint echt kein hebel oder so zu sein und na rein schießen kann ich mich auch nicht kann ich das ding abschießen wenn ich davor bin achso die hände müssen leer sein okay ich habe das ding jetzt dahinter geöffnet aber ich glaube ich sehe auf der anderen seite den hebel den ich verwenden muss achso 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 ich bin echt achso ich bin echt Irgendwie wohnt ich, den ich nicht gesehen habe, oder? Da hinten sieht aus, als wenn das irgendwelche Knöpfe wären, die ich betätigen kann. Wart aber kein Schimmer. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich das hier sehe, dass hier so eine Textur anders aussieht an der Wand, denke ich immer, ah ja, hier kann man bestimmt irgendwie durchlaufen oder sonst irgendwas. Ah ja, hier war ich ja auch schon drin gewesen. Oh. Ich glaube, an dem Part kann ich jetzt hier auch nicht wirklich weitermachen, weil mir alle Tattoos fehlen. Aber bestimmt muss ich da jetzt dann Dingenswungs haben, das Tattoo, damit ich da durch Lava wohl gehen kann, vermute ich mal. Und kann dann da hochklettern, um dann in irgendeinem Schacht oder so drin zu sein, wo ich dann, was weiß ich, wo lande. Was denn hier? Achso, das war dieser komische Raum. Und ich glaube, hier durchschwimmen hat er dann auch nur gebracht, dass ich... Wo war? An dem großen Hauptbereich, genau, wo der Eingang war. Gott, Timmy, hör endlich auf, mit der Gummi-Ette zu spielen. Spielzimmer. Aber da, von da aus komme ich gerade am... Wobei, wo porte ich mich denn hin? Weil ich gerade wieder zurück zum Eingang möchte. Um wieder zurück zu laufen. Ach klar, ich bin hier. Super. Und dann habe ich auch noch Gegner. Hat sich ja gerade voll gelohnt, hier wieder weg zu porten. Oh, das ist hier ein Weg? Wenn ich einfach nicht bemerkt habe, weil das hier so... mehr oder weniger Glasröhren sind. Äh. Naja, glaub nicht. Naja, glaub nicht. Gott, wie lang war der Weg hier eigentlich noch? Irgendwie kam der mir kürzer vor, als ich den gegangen bin. Oh, da ist ein Fass. Mit einem Kodo drin. Okay, da ist das Loch, wo ich reingegangen bin, damit ich überhaupt diese Luke da aufhabe. War da überhaupt irgendwas gewesen? Ich glaube nicht, oder? Da war, glaube ich, noch ein weiteres dieser... dieser... Schatten, Weg, Tore, wie auch immer, die ich öffnen könnte, wenn ich denn entsprechend die Power dafür hätte. Aber ich glaube, mehr war da, glaube ich, nicht, ne? Ja, das Ding hatte sechs benötigt. Und sechs habe ich nicht. Nee, sechs habe ich nicht. Ist hier noch mehr? Gab's noch irgendwo ein anderes Tor, was fünf benötigt hat? Oder drei oder zwei oder ein. Hauptsache aufmachen. Kann mich nämlich kaum erinnern, wo irgendwas ist. Ähm, war hier noch irgendwas? Nee, warte mal. Hier ging's dann Richtung... Dreh die mal um. Ging's dann Richtung Asyl? Ich glaube, hier ging's wieder Richtung Asyl. Da, wo auch dieser, äh... Pumpenraum, glaube ich, war, ne? Nee, das ist das hier, hä? Ah, Käpfischfahrt, okay. Ja gut, Asyl kann ich, glaube ich, mehr oder weniger knicken. Vorausgesetzt, ich, äh, find... Nichts. Wenn da was ist, was ich einsammeln kann, Seele, dann ist gut, aber... Hm. Wo könnte ich denn Seelen finden? Da komm ich überhaupt nicht weiter. Weiß ja gar nicht, warum. Hm. 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 Okay, warte mal was. Naja, wobei... Wobei, das mache ich vielleicht doch eher beim nächsten Mal, weil ich gerade sehe, ich bin hier seit 5 Stunden on. What? Eigentlich... Eigentlich wollte ich gerade mal nur so 2 Stunden machen, weil ich ja so ein bisschen in der Überlegung bin, ob ich nicht vielleicht auch hier eher ein bisschen kürzer mache. Ähm. Und kurzfristig das Spiel auf Eis lege erstmal, weil ich warten will wegen dem Patch aufgrund, weil ich befürchte, dass vielleicht der Patch dann machen könnte, dass der Spielstand zerschossen wird. Ähm. Ja, und jetzt sehe ich, dass ich mal eben 5 Stunden mache. Geil. Aber ich hatte, ähm... Was hatte ich gerade gehabt? Gerade ist mir irgendwas durch den Kopf gegangen. Ich weiß aber nicht mehr was. Was war das gerade nochmal? Was habe ich gerade gesehen? Ach, genau. Wer von denen ist der erste Boss? Ah, das ist Dr. Victor Carl Batrachian. Ist das der erste? Ist das nicht der Typ, der in der Mitte war? Okay, vierter Akkumulator. Gut, das könnte vielleicht sein, dass das wirklich dann der in der Mitte gewesen ist. Dann würde ich mal sagen, dass ich eventuell dann da hingehen werde beim nächsten Mal. Beim Wundspreizer habe ich ja. Und eventuell finde ich ja da auch irgendetwas, was mir von Nutzen sein könnte. Was? Keine Ahnung. Hauptsache irgendwas. Hoffentlich. Sonst werde ich da wahrscheinlich ziemlich lange herumirren. Ja. Oh. 23 dunkle Seelen habe ich. Wie viele sind das jetzt? Äh, 97, die irgendwo am Herumgammeln sind. Kann doch nicht so schwer sein, 97 dunkle Seelen zu finden, oder? Oh Mann, ey. Ähm, welche, welchen, welchen? Äh. Mal ja mal da. Naja. Gut. Wie gesagt, ich mache dann jetzt, denke ich mal lieber hier, Feierabend. Mal gucken, wie der Time beim nächsten Mal ablaufen wird. Vielleicht kann das auch sein, dass ich beim nächsten Mal ein anderes Spiel mache. Wie gesagt, wegen dieser Befürchtung einfach, die ich habe. Aber mal gucken. Vielleicht auch nicht. Ähm. Aber ja, wie gesagt, ich gehe dann beim nächsten Mal bei diesem einen Boss hin. Hoffen mal, dass ich da irgendwas kriegen werde. Und irgendwie in dem Spiel hier vorankommen. Weil ansonsten darf ich dann nämlich wie blöde halt irgendwelche dunkle Seelen suchen. Und äh, weiß der Geier, wo die alle sind. Äh, ja. Gut. Ich mache mich jetzt hier vorm Acker. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Und äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.